Triggerwarnung! Dieses Video zeigt medizinische Operationen am Menschen. Empfohlenes Mindestalter, 16 Jahre. Herzlich willkommen zur ersten Online-Ausgabe unserer Ringvorlesung Einführung in die Medizintechnik in diesem Semester. Wir sind wieder hier in unserem kleinen kuscheligen Studio und erzählen euch ein bisschen über eure Berufsperspektiven und Anwendungsfelder der Medizintechnik. Und genau um Letzteres soll es heute gehen. Wir haben heute einen Anwender von Medizintechnik mitgebracht, Professor Wallis. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Super, dass Sie gekommen sind. Sie haben einen extrem spannenden Vortrag für uns im Gepäck. Bevor wir damit aber loslegen, würde ich sagen, erzählen wir ein bisschen. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und zwar solche, die unsere Studierende vorher eingereicht haben. Die haben sage und schreibe 121 Fragen geschickt. Die schaffen wir aber heute nicht. Die schaffen wir nicht. Wir versuchen das kurz und knackig zu halten. Ich habe die Fragen auch so ein bisschen zusammengefasst. Viele waren natürlich doppelt. Das kürzen wir damit so ein bisschen zusammen. Einstiegsfragen haben Sie auch geschickt. Also viele Fragen von den Studierenden eignen sich als Einstiegsfrage. Und da habe ich für Sie direkt mal eine rausgesucht. Nämlich von Max. Schauen Sie gerne Ärzteserien? Und wenn ja, haben Sie vielleicht Empfehlungen? Also ja, auch ich schaue mal Ärzteserien. Wobei man natürlich als Arzt immer auf die Fehler guckt, die dort gemacht werden. In der Regel von den Regisseuren, weil sie halt die medizinischen Zusammenhänge vereinfacht darstellen. Da gibt es Serien, die machen mehr Fehler. Andere, denen das weniger wichtig ist. Und ich denke, es liegt im Geschmack des Einzelnen, was er sich dort anschaut. Kennen Sie Dr. Haus? Ja, ich kenne Dr. Haus. Kennen Sie Kollegen, die so sind? Ohne Namen zu nennen. Ich glaube, so ein bisschen Dr. Haus findet sich jeder auch wieder. Und eine Kopie von Dr. Haus ist mir nicht bekannt. Okay, alles klar. Gut, fangen wir mal mit einer etwas ernst gemeinteren Einstiegsfrage an. Und zwar von der Lisa. Was ist denn für Sie die größte Herausforderung bei Ihrer Arbeit? Die größte Herausforderung ist tatsächlich das Nicht-Operative. Das ist das Organisieren der Arbeit. Das habe ich nicht gedacht. Ja, es ist halt doch so, dass die Chirurgie als solche ein sehr schnittstellenreiches Fach ist, wo Sie halt immer mit Anästhesisten, mit Intensivmedizinern arbeiten, mit internistischen Kollegen, die Ihnen Patienten vorstellen, die dort bestimmte Maßnahmen machen. Es gibt Eingriffe, wo man zusammen bestimmte Dinge tun muss. In einem Fach wie der Thoraxchirurgie jetzt haben Sie zusätzliche Berührungspunkte mit anderen chirurgischen Fachdisziplinen. Also bei großen Tumoren zum Beispiel brauchen wir die Herzchirurgen zum Operieren. Bei bestimmten Befundkonstellationen operieren wir zusammen mit den allgemeinen Viszeralchirurgen oder zum Beispiel auch den Orthopäden oder Neurochirurgen. Wenn wir schon mal dabei sind, das war auch eine Frage, die mehrere Studierende gestellt haben. Wie sieht denn so Ihr normaler Arbeitsalltag aus? Also wie ist denn das so vom Verhältnis her? Arbeiten Sie auch noch im OP direkt und operieren Sie mit? Ja, also die Arbeitsplatzbeschreibung von mir ist eigentlich, dass ich mich überflüssig machen sollte. Und an diesem Punkt bin ich bisher noch nicht angekommen. Tatsächlich operiere ich auch Patienten, heute weniger als früher und bin in der glücklichen Situation, dass ich mittlerweile ein gutes Team an Operatoren um mich herum habe, die den Großteil der Operationen, die wir in der Thoraxchirurgie haben, selbstständig durchführen können. Und zum Großteil sind Sie dann eben auch Manager des Ganzen, kann man so sagen. Ja. Ja, genau. Gut, dann kommen wir mal weiter noch zur Person, Thorsten Wallis, so habe ich den Themenblock mal genannt. Also ein knappes Dutzend an Zuschriften habe ich bekommen, die gerne wissen möchten, warum haben Sie sich denn gerade für die Thoraxchirurgie entschieden? Ähm, es war ganz ehrlich gesagt ein Zufall. Okay. Wir werden als Mediziner natürlich sehr breit ausgebildet und haben Zugang zu den unterschiedlichsten Fachgebieten. Für mich hat sich sehr früh rauskristallisiert, dass es die Chirurgie oder was Chirurgisches werden sollte. Am Anfang war es die Unfallchirurgie und die Orthopädie und da war ich dann für eine Hospitation, eine Tätigkeit in Baselien in einer Kinderklinik und habe dort bestimmte Eingriffe gemacht. Und im Nachbarsaal wurden die Kinder am Herzen operiert und als ich aus Baselien wiederkam, wollte ich dann Herzchirurg werden und bin dann erstmal nach dem Studium in der Herzchirurgie auch angefangen. Habe da dann aber für mich entdeckt, dass mir dort bestimmte Dinge fehlten und hatte dann Kontakt mit einem Chirurgen, der Thoraxchirurg war und seine komplizierten und großen Operationen bei uns in der Herzchirurgie gemacht hat. Und der hat mich für das Fach begeistert und die Begeisterung hält bis heute an. Und wenn ich jetzt sage Herzchirurgie, Thoraxchirurgie, wo liegt da jetzt der Unterschied? Was kann einem da bei der Herzchirurgie fehlen? Ich kann es mir als Laie natürlich nicht vorstellen, dass das tatsächlich als anders von Ihnen wahrgenommen wird. Also das Besondere an der Thoraxchirurgie ist tatsächlich, dass wir ein Gebiet sind, wo wir noch die Viszerale Chirurgie, also die Operationen an Organen, die Chirurgie an Gefäßen mit Gefäß ersetzen und auch die Knochenchirurgie noch alles als Technik beinhaltet haben. Und wo wir uns täglich mit auseinandersetzen. Dazu gibt es ein sehr, sehr breites Krankheitsspektrum von Entzündungen, von Tümoren, von Verletzungen, von Fehlbildungen, die wir behandeln. Und daraus ergibt sich eine hohe Variabilität an Operationen und Krankheitsbildern, die sie eben behandeln müssen. Und das ist zum Beispiel in der Herzchirurgie deutlich eingeschränkt. Da sind die Herausforderungen andere. Es ist viel technisierter, es ist viel spezialisierter, es ist viel standardisierter. Aber ich ticke jetzt mehr so, dass ich mich eher für die Breite fasziniert habe. Und da war es dann die Thoraxchirurgie. Dann die nächste Frage von Karl Lotta. Warum haben Sie sich für die Arbeit an einem Uniklinikum entschieden und nicht zum Beispiel in einem kleineren Krankenhaus? Es war eine bewusste Entscheidung, an die Universitätsklinik zu gehen. Denn das Fach Thoraxchirurgie residiert in Deutschland eigentlich standardmäßig außerhalb der Universitäten in spezialisierten Einrichtungen für Lungenchirurgie. Und dort kann man einen Großteil dessen, was wir als Thoraxchirurgen machen, also sicherlich mehr als 90 Prozent, auch operieren. Aber bestimmte Dinge können Sie eben nicht dort machen. Und dafür brauchen Sie halt Spezialisten, Kollegen, auch aus anderen chirurgischen Fachdisziplinen, die Sie an der Uni vorfinden, aber in diesen spezialisierten Häusern nicht haben. Und dazu kommen an der Uni noch zusätzliche Heranforderungen, dadurch, dass Sie für Notfallpatienten in der Notaufnahme zuständig sind, mit Unfallopfern oder anderen Verletzten, wo einfach nochmal zusätzliche Anforderungen an das Fach gestellt werden. Und ich ergänze mal eine Frage, die tatsächlich niemand gestellt hat, obwohl so viele Fragen gekommen sind. Die frage ich aber eigentlich jeden meiner Gäste hier. Warum ist es denn Magdeburg geworden? War das auch Zufall? Es war nicht richtig Zufall, weil die Möglichkeit, Thoraxchirurgie an einer Universität in Deutschland zu machen, haben Sie in weniger als zehn Städten in Deutschland. Und Magdeburg war eine von diesen Städten, die sich eben committed hat, dieses Fach entsprechend zu entwickeln. Und dann war es tatsächlich so, dass ich als ein Junge aus dem äußersten Westen von Niedersachsen, natürlich Magdeburg nicht auf dem Zettel hatten als Karriereziel, aber als diese Möglichkeit kam, hier arbeiten zu können, haben meine Familie und ich uns das hier angeschaut und waren sehr positiv überrascht, was wir hier vorgefunden haben und bereuen bis heute diesen Schritt nicht. Ja, okay. Das geht, glaube ich, vielen so. Magdeburg kennt man erst mal nicht und dann kann man sich ganz gut aushalten. Magdeburg verkauft sich nicht und wenn dann unter Wert, dann muss man auch so arbeiten. Okay, okay. Drei Studierende würden gerne wissen, ich nenne sie mal namentlich, Sophie, Maximilian und Alex, wie gehen Sie denn mit all Ihrer Verantwortung um? Das ist ja nicht nur, wenn Sie selbst operieren, sicherlich eine hohe Verantwortung, sondern Sie haben ja auch noch Verantwortung für Ihr ärztliches Team. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut, fragt Maximilian zum Beispiel ganz konkret. Ich denke, man wächst in diese Aufgaben und in diese Verantwortung hinein. Als junger Chirurg lernen Sie, bestimmte Operationen durchzuführen. Das ist so ähnlich wie Laufen lernen. Irgendwann können Sie es dann nach einer entsprechenden Anleitung und können es dann auch gut und entwickeln sich da natürlich dann auch weiter. Und an einem gewissen Punkt in der klinischen Tätigkeit kommen zwangsläufig auf Sie auch die Anforderungen heran, dass Sie bestimmte Dinge mit organisieren müssen, weil es eben so komplex ist und so wächst man dann da rein. Der eine hat da mehr Liebe für als der andere oder auch ein bisschen ein besseres Händchen als das andere und so ergibt sich das dann, ob man in bestimmte Aufgaben hineingeht oder dass man sie dann immer als Last empfinden muss. Ein bisschen eine Frage in die gleiche Richtung von Maximilian. Wir werden ja nachher noch sehen, viele Ihrer Patienten sind ja wirklich schwerst krank oder schwerst erkrankt. Wie gehen Sie denn persönlich mit diesen Schicksalsschlägen um, die Ihre Patienten da haben? Prallt das an Ihnen ab? Nehmen Sie das mit nach Hause? Wie geht man damit um? Also man ist natürlich als Arzt und auch als Chirurg um eine professionelle Distanzierung bemüht. Man versucht natürlich Sachen nicht zu nah an sich heranzulassen. Und das geht in der Regel auch ganz gut. Aber es gibt natürlich immer dann auch diese Befundkonstellation oder diesen Einpatienten, der einem doch näher geht. Ich denke, verschließen kann sich keiner, wenn es um Kinder und Babys geht, wo man einfach emotional gefordert ist. Das andere ist, wenn man jetzt eigene Angehörige hätte, die da noch mal der zusätzliche emotionale Druck aufbauen würden. Das hat auch Merit zum Beispiel ganz konkret gefragt. Darf man als Chirurg überhaupt Angehörige operieren? Also in Deutschland ist das nicht mit Darf und Nicht-Darf geregelt. Andere Länder handeln das anders. Also zum Beispiel in den USA ist klar verfügt, dass sie keinen Angehörigen ersten Grades operieren dürfen als Chirurg. In Deutschland ist es ihnen nicht verboten. Wobei ich sagen muss, ich hätte auch Schwierigkeiten, direkten Angehörigen zu behandeln. Dahin würde ich auch lieber in die Hände eines Kollegen geben. Dann eine Frage von Anna. Inwiefern müssen Sie als Chefarzt die Wirtschaftlichkeit Ihrer Klinik im Hinterkopf behalten? Also zunächst einmal sind wir Ärzte und müssen die Behandlung der Patienten organisieren. Und da ist es jetzt in den deutschen Systemen so, dass man für eine bestimmte Behandlung einen bestimmten Geldbetrag erlöst. Und dann ist es so, dass Sie Ihre Klinik so organisieren, dass Sie mit den Erlösen, die Sie von einzelnen Behandlungen bekommen, idealerweise kostendeckend arbeiten. Das ist in einzelnen Fachgebreichen sicherlich einfacher als in anderen. Da, wo Sie planbare Behandlungen haben, so wie das auch in der Thoraxchirurgie vielfach der Fall ist, können Sie eben so planen, dass Sie genug Erlöse haben, um die Kosten für Personal und Materialien zu bezahlen. In anderen Bereichen, wo Sie zum Beispiel Vorhaltungskosten haben, durch einen Chirurgen, der rund um die Uhr da sein muss, wie zum Beispiel ein Unfallchirurgen an Notaufnahme oder ein Kinderarzt in einer Kinderklinik. Da ist es so, dass der da sein muss, auch wenn nichts zu behandeln ist. Ähnlich wie bei der Feuerwehr. Die Feuerwehr ist dafür bezahlt, dass sie da ist und nicht, dass sie löscht. Reservekapazität sozusagen. Genau. Gleich zwei Studierende, zum Beispiel Alice, wollen wissen, als ich meine Weisheitszahlen-OP hatte, hörten die Chirurgen währenddessen Musik. Dürfen die das eigentlich? Also verboten ist es nicht. Und es ist so, dass es sicherlich im Ermessen jedes Teams liegt, ob man das macht oder ob man das nicht macht. Hilft das denn? Ich denke, wenn Musik dazu beiträgt, dass die Leute ein bisschen entspannter miteinander sind, dann ist es etwas, was hilft. Wenn auf der anderen Seite Musik in einer Beschallung ausartet, bei der der eine oder den anderen nicht versteht oder man durch die Musik abgelenkt wird, ist es sicherlich nicht hilfreich. Mein Zahnarzt, da läuft auch immer Musik im Hintergrund. Das ist aber, glaube ich, eher für die dort ja normalerweise wachen Patienten. Bei Ihnen sieht das ja ein bisschen anders aus. In der Regel schlafen unsere Patienten, es werden aber durchaus auch Lungeneingriffe beim wachen Patienten gemacht. Ah ja, okay. Gut, das gucken wir uns dann, glaube ich, nachher in Ihrem Vortrag nochmal genauer an, wie sowas aussieht. Vorher mal noch eine Frage von der Ronja. Was ist die riskanteste Operation, die Sie bis jetzt durchgeführt haben? Erinnern Sie sich vielleicht an eine bestimmte oder kann man das nicht so pauschal sagen? Man kann das, glaube ich, nicht so pauschal sagen, weil Risiko tritt ja dann auf, wenn man sich so in die Grenzen seines Fachs oder in die Grenzen seines Vermögens, seiner Fähigkeiten hinein bemüht oder rein begibt. Risiko im Fach ist in der Regel, dass man als Chirurg auf einmal Dinge tun muss, die man selten macht oder wo man wenig Erfahrung hat. Und da ist es eben eine Stärke, wenn Sie als Chirurg in so einer Klinik wie der Universitätsklinik unterwegs sind, wo Sie Experten in anderen chirurgischen Fachdisziplinen haben, die Ihnen Hilfestellung geben können, die dabei sind bei der OP, dass man OPs vielleicht gemeinsam macht, zusammen mit Neurochirurgen, zusammen mit Allgemeinchirurgen oder auch Kinderchirurgen. Und ansonsten ist es so, dass Sie natürlich eine gewisse emotionale Anspannung bei Operationen haben können, insbesondere dann, wenn Sie sich mit Babys und Kindern beschäftigen. Das geht dann schon am nächsten. Und ist auch in Sachen Verantwortung wahrscheinlich der höchste Punkt, weil die ihr Leben noch vor sich haben. Ja, bei den Kleinen ist es halt so, dass sie mit dem Eingriff natürlich Folgen auslösen, immer Verwachsungsprozesse, die bei einem wachsenden Organismus sich dann potenzieren können, sodass Sie, wenn Sie im frühen Stadium tätig werden, eben Folgeschäden generieren können, die ein erwachsener Patient einfach nicht entwickeln kann, weil er nicht mehr wächst. Da schließe ich gleich noch die Frage von Edward an. Hatten Sie schon mal eine Operation, die Sie abgelehnt haben? Er schreibt nicht zu den Gründen, warum, aber so pauschal? Es gibt gute Gründe, warum man eine Operation ablehnt. Zum Beispiel, wenn ein Patient nicht geeignet ist für eine OP. Bei uns ist es zum Beispiel so, in der Lungenchirurgie müssen wir Lunge wegschneiden. Und viele Patienten haben halt schon stark vorgeschädigte Lungen, weil sie jahrelang geraucht haben. Und gehen vor der Operation schon mit einer Lungenleistung ins Rennen, die quasi der Funktion eines, gerade mal 50 Prozent vielleicht der Funktion eines Nichtrauchers entspricht. Und wenn Sie da noch was von der Lunge wegschneiden, dann wird es für den Patienten eben kritisch. Dann hat er nicht mehr genug Lunge, um gut leben zu können. Das sind so OPs, wo man ablehnen würde. Man lehnt auch OPs ab, wo man sagt, man kann jetzt einen Tumor operieren, aber wenn der Patient noch drei, vier weitere Tumoren im Körper hat, die weiter wachsen, dann macht diese eine Tumor-OP jetzt auch keinen Vorteil. Dann lehnt man sie auch ab. Und dann gibt es sicherlich so Befundkonstellationen, wo man eben jetzt in die Grenzen seines Fachs hineingeht und schauen muss, macht das noch Sinn oder kriegt man das noch hin? Jetzt habe ich hier noch so an die 50 Fragen, die so alle in die Richtung gehen. Woran forschen Sie gerade? Wie sieht so eine Operation aus? Und dergleichen. Da würde ich jetzt aber sagen, da nehmen wir einfach Ihren Vortrag. Sie zeigen uns das jetzt alles vor unserem tollen Greenscreen. Und ich hoffe, dann haben wir ganz viele Fragen hier erschlagen und ich kann die alle nebenbei abhaken, werden Sie erzählen. Sehr gerne. Okay, dann können Sie schon gerne rübergehen und dann sehen wir uns gleich vorm Greenscreen. Liebe Studierende des Bachelorstudiengangs Medizintechnik, liebe Medizinstudenten, sofern sich welche in diese Vorlesung verlaufen haben, freue mich Ihnen heute hier ein Referat über das Thema Medizintechnik und Thoraxchirurgie halten zu können. Mein Name ist Thorsten Wallis. Herr Knüppel hat es ja gerade schon erwähnt. Ich bin Chefarzt der Thoraxchirurgie in der Universitätsklinik Magdeburg. Inhalt meines Vortrags soll sein, Ihnen einfach mal die Berührungspunkte und die Schnittmengen Ihres Fachgebiets der Medizintechnik mit der Chirurgie am Beispiel der Thoraxchirurgie aufzuzeigen. Heute wird es ganz viel über den Brustkorb geben. Der Brustkorb, das wissen Sie, ist eine Körperregion, die lebenswichtige Organe wie das Herz und die Lunge beherbergt. Die Organe sind durch einen Knochenpanzer, dem Brustbein mit den seitlich ansetzenden Rippen und von hinten der Wirbelsäule geschützt. Und das Hauptorgan, mit dem wir uns in der Brustkorbchirurgie beschäftigen, ist die Lunge, die selber auch aus verschiedenen Teilen besteht. Auf der rechten Seite aus zehn Segmenten, auf der linken Seite aus neun Segmenten, die jeweils dann auch noch eigene Blutgefäße und Bronchien haben, die sie miteinander versorgen. Und zusätzlich ziehen in die Lunge hinein, vom Herzen kommen große Gefäße und aus der Lunge heraus wieder zum Herzen zurück, sodass die Anatomie hier sehr komplex und unübersichtlich sein kann, was für uns eben eine Herausforderung in der täglichen Arbeit ist. Und damit Sie den Eindruck kriegen, wie diese tägliche Arbeit aussieht, habe ich Ihnen hier ein paar Bilder mitgebracht. Eine Warnung vorweg, es wird jetzt sehr medizinisch und für diejenigen von Ihnen, die vielleicht dort Berührungsängste haben, ist jetzt der Moment gekommen, wo man vielleicht für zwei, drei Sekunden wegschauen müsste. Was Sie hier jetzt sehen, ist ein offener Brustkorb, zugegeben eine große Operation, aber für den Laien sehr anschaulich, was im menschlichen Körper passiert. Wir sehen auf der Seite eine Lunge, die beatmet ist im Rahmen der Narkose durch den Narkosearzt. Daneben sehen Sie das schlagende Herz, was quasi in der Mitte des Brustkorbs liegt. Und dann sehen Sie hier ganz am Rand eine Lunge, die sich nicht bewegt. Diese Lunge wurde von den Narkoseärzten für die Operation stillgelegt und ist die Voraussetzung dafür, dass wir an der Lunge operieren können. Die Thoraxchirurgie ist ein sehr breites Fach. Das habe ich gerade in der Diskussion ja auch schon mal gesagt. Wir beschäftigen uns tatsächlich noch mit der Chirurgie der viszeralen Organe, also sprich der Lunge, des Mediastinums, die im Brustkorb liegen. Wir sind aber auch eine Chirurgie, die sich mit den Blutgefäßen beschäftigt und Blutgefäße ersetzen muss. Und teilweise müssen wir bei Patienten auch die Brustwand reparieren oder ersetzen. Das Spektrum unserer Patienten ist dabei sehr groß. Wir haben Erwachsene, wir behandeln auch Kinder. Die größten Tumoren, die wir behandeln, sind letztlich schwerer als die kleinsten Patienten, die wir behandeln. Für die Behandlung haben wir unterschiedliche Technologien zur Verfügung. Zum einen die offene Chirurgie, wo der Brustkorb quasi mit einem Schnitt eröffnet wird. Seit ungefähr 20 Jahren führen wir regelhaft Schlüssellochoperationen durch, bei denen man quasi diese Lungenoperationen ohne Eröffnung des Brustkorbs über kleine Schnitte unter Einsatz von Videotechnik durchführen kann. Und das modernste Verfahren, was wir zurzeit zur Verfügung haben, ist die roboterassistierte Chirurgie. Das ist letztlich eine Variation der Schlüssellochchirurgie. Damit diese Chirurgie möglich wird, brauchen wir Unterstützung, wir brauchen viel Technik, wir brauchen viel Medizintechnik. Aus Sicht des Chirurgen reden wir natürlich ganz viel über Geräte und Instrumente, die wir für die Operation brauchen. Wir reden ganz viel über Implantate, wie zum Beispiel eine Thoraxchirurgie für den Ersatz der Brustwand oder von Rippen. Für verschiedene Systeme, die wir haben. In der Therapie, aber auch in der Diagnostik gibt es verschiedene Software, die uns die Arbeit leichter machen und immer vergessen. Aber im Zentrum stehen auch viele Hilfsmittel. Es geht schon los mit Bekleidung, Hilfsmitteln für den Patienten nach der Operation. Und in der Covid-Phase, in der wir ja jetzt alle sind, Schutzausrüstung für das Personal, was einfach zusätzlich erforderlich ist. Für Sie als Medizintechniker stellt sich diese Aufstellung ja so ein bisschen anders dar. Da wissen Sie, dass Sie hier Medizinprodukte in verschiedenen Klassen haben, die dort eben entsprechend ihrer Invasivität und Expositionsdauer eingeteilt werden müssen. Die Details hierzu lernen Sie ja in dem GXP-Kurs von Frau Wallis, die Ihnen da quasi die weiteren Details beibringen wird. Wie funktioniert eine Lunge? Vom Prinzip her ist die Atmung und ist die Lunge zu sehen wie ein Blasebalk, in dem durch die Bewegung der Rippen, die durch Muskeln bewegt werden, Luft in den Brustkorb hineingezogen wird. Wie das hier einfach mal skizziert ist. Grundlage für die Funktion der Rippen und des Auseinanderweichen des Brustkorbs ist, dass die Brustwand stabil ist und bei den Atemmanövern nicht nachgibt, sodass durch das Auseinanderziehen der Muskeln von den Rippen tatsächlich eine Erweiterung des Brustkorbs stattfindet. Wir können hier quasi in der Animation schön sehen, wie sich der Brustkorb erweitert. Und was Sie hier jetzt sehen können, ist ein Fall von einem Patienten, der eine schwere Brustkorbverletzung hat nach einem Unfall. Wenn Sie hier genauer hinschauen, dann sehen Sie an diesen Stellen gebrochene Rippen. Sie sehen hier zum Beispiel auch eine Rippe, die hier hinten gebrochen ist und weiter hier vorne gebrochen ist, die dazu führt, dass wenn der Patient dieses Einatemmanöver macht, die Brustwand tatsächlich einsinkt und er nicht atmen kann. Was in dem Röntgenbild von dem Patienten hier auch sehr schön zu sehen ist, wie die Brustwand hier mit der Verletzung zurückweicht. Ursächlich für diesen Mechanismus war in diesem Fall ein Fahrradunfall bei einem Patienten, wo ein Radfahrer angefahren worden ist und der ist dann über das Auto geflogen. Bis dahin hat er sich quasi nicht verletzt und ist direkt hinter dem Auto runtergekommen und auf die Anhängerkupplung gefallen, was dann quasi die Ursache für diese Verletzung ist. Ich habe Ihnen gezeigt, dass ein Patient nicht atmen kann, wenn der Brustkorb instabil ist und daraus ergibt sich die Anforderung an den Chirurgen, hier eine Stabilisierung herbeizuführen. Und dazu stehen uns als Chirurgen seit wenigen Jahren Implantate zur Verfügung. Hier ein Bild von der Operation, wo die Rippen, die quasi zusammengeschoben waren, wie Sie das in dem Bild hier hinten sehen können, auseinandergezogen werden und dann mit Metallimplantaten, so wie man das bei anderen Knochen auch macht, stabilisiert werden. Was Sie hier auch sehen können, in der Mitte ist quasi der Abdruck der Anhängerkupplung, der quasi zu einer solchen Zerbröselung der Rippen geführt haben, dass wir sie nicht ersetzen konnten. Und postoperativ können Sie sehen, wie die Metallimplantate dem Brustkorb wieder schienen, wo diese Eindellung, die wir am Anfang hatten, verschwunden ist und die Brustwand wieder dasteht, wo sie hingehört. Sie können sich vorstellen, dass das komplexe Chirurgie ist und es wird dann noch komplexer, wenn wir in eine Situation hineinkommen, wo wir eben nicht gesundes Gewebe, was jetzt durch ein Trauma verletzt worden ist, zusammensetzen müssen wieder, sondern wo wir tatsächlich die Situation haben, dass ein Tumorgewebe auflöst, ein Gewebe pathologisch verändert und wir wirklich einen ganzen Gewebeblock entfernen müssen. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist das Präparat von einer Operation, was wir entnommen haben, von einem Patienten, der quasi einen Tumor im Brustkorb hatte. Was Sie hier sehen, dieser lange Balken, das ist quasi das komplette Brustbein dieses Patienten. Und dann sehen Sie quasi den Tumor, der im Brustkorb entstanden ist und dann durch das Brustbein hinaus nach außen gewachsen ist und hier zu einer starken Schwellung geführt hat. So sieht das aus, wenn das im OP entnommen wird. Hier haben wir quasi die gleiche Situation nochmal. Hier das Brustbein mit den ansetzenden Rippen, hier unten den großen Tumor, der da dran hängt und den Tumor, der nach außen in die Weichteile bricht mit der Haut darüber. Und bei dieser Art von Tumoren, hier handelt es sich um ein Sarcom, muss der Chirurg halt sehr aggressiv operieren, weil diese Tumoren halt sich wie so ein Pilzgewächs in die Peripherie ausdehnen. Und Sie brauchen halt einen großen Sicherheitsabstand, um den Tumor vollständig entfernen zu können. Und der Sicherheitsabstand bei diesen Art von Tumoren ist vier Zentimeter. Das heißt, Sie haben halt schon einen großen Tumor und müssen dann links und rechts oben und unten nochmal vier Zentimeter Abstand einhalten, um diesen Tumor dann sinnvoll entfernen zu können. Und dann haben Sie als Chirurg das Problem, dass Sie den Defekt, den Sie generieren, auch wieder verschließen müssen. Dieses ist jetzt zum Beispiel der Defekt bei diesem Patienten, wie ich Ihnen das gerade gezeigt habe, wo quasi hier in der Mitte der Tumor saß und mit einem Sicherheitsabstand dort ein großes Loch entstanden ist. Für Sie zur Orientierung, hier ist der Kopf des Patienten, hier ist der Bauch des Patienten, hier ist quasi seine rechte Seite, hier seine linke Seite. Und Sie schauen jetzt quasi in den Brustkorb, wo quasi das stanzenförmig entnommen worden ist und sehen hier quasi die Lunge, die sich quasi über das Herz gelegt hat, die quasi jetzt die Oberfläche des Situs darstellt. Sowas können Sie natürlich nicht so lassen, das müssen Sie irgendwie verschließen. Und hier stehen uns zum Beispiel als Chirurgen verschiedene Gewebe zur Verfügung, Kunstgewebe, die wir als Netz dort einnähen können. Das ist hier an diesem Beispiel gezeigt, dieses Netzimplantat wird quasi verwendet, um quasi die inneren Organe erstmal abzuschirmen und dort einen Verschluss der Thoraxhülle zu erzeugen. Und als nächstes werden in die Brustwand Metallimplantate verbracht, die quasi die Rippen ersetzen und dann diese Stabilität herstellen, die Sie brauchen, um atmen zu können, wie ich Ihnen das gerade in dem Schema gezeigt habe. Dann müssen Sie noch zusehen, dass Sie das Gewebe irgendwie zukriegen. Sie haben ja Muskeln und Haut entfernt und das ist jetzt hier immer eine große Herausforderung, weil es eigentlich bisher noch keine guten künstlichen Gewebe gibt, um so eine Haut zu ersetzen. Die Haut ist ja für uns eine wichtige Barriere, insbesondere zur Abwehr von Bakterien und Infektionen. Und in diesem Fall musste der Fall so gelöst werden, dass wir mit Unterstützung der plastischen Chirurgen, also einen Teil der Bauchhaut, gehoben haben, nennt man das. Man lässt die Gefäße hier unten dran und mobilisiert Haut, Fettgewebe und Muskulatur und schwenkt das Ganze dann in den Defekt ein und näht dann diesen Defekt zu. Und so sieht es dann am Ende aus, wenn der Hautladen dort eingeschwenkt ist und die Wunde wieder verschlossen. Noch aufwendiger wird das Ganze, wenn Sie tiefer gehen müssen. Und hier habe ich Ihnen einfach mal das Beispiel einer Patientin mitgebracht, die einen riesigen Tumor hatte, der quasi zwischen dem Herzen und den Atemwegen in der Tiefe des Brustkorbs lag. Ein Tumor, der klar umgrenzt war und eigentlich ein gutartiger Tumor war, aber aufgrund seiner Größe so massiv, dass die Patientin nicht mehr atmen konnte und das Herz auch schlecht pumpen konnte, weil die Gefäße zusammengedrückt wurden. Dieses Problem ließ sich nur lösen, indem man quasi das Herz entfernt hat. Und was Sie jetzt hier sehen, ist quasi etwas, was allenfalls Transplantationschirurgen bei einer Herzentnahme regelhaft sehen, wo ein Patient auf dem Rücken liegend, hier oben der Kopf wieder, hier der Bauch. Hier die Atemwege, also die Luftröhre, die sich aufteilt, in den rechten Hauptbranches, in den linken Hauptbranches liegt und das Herz ist quasi entnommen. Das Blut des Patienten wird quasi durch eine Kanüle aus der oberen Körperhälfte entnommen, aus der oberen Hohlvene und eine zweite Kanüle aus der unteren Hohlvene. Und dieses Blut wird dann in eine Maschine verbracht, die sogenannte Herz-Lungen-Maschine, in der das Blut dann quasi mit Sauerstoff angereichert wird. Und dann über diese Kanüle hier, die obere hier, zurück in den Kreislauf geführt wird, sodass der Patient für die Dauer all dieser Zeit komplett auf die Herz-Lungen-Maschine, wie sie da steht, angewiesen ist. Eine Technologie, die für uns in diesen Extremsituationen extrem hilfreich ist, wo sich wahnsinnig viel Technologieentwicklung in den letzten Jahren ergeben hat, wo wir aber immer noch auf zentrale Probleme stößen. Zum Beispiel das Problem, dass das Blut, was durch diese Schläuche geht, aktiviert wird durch die Oberflächen des Kunstmaterials, aus dem die Schläuche bestehen. Was dazu führt, dass sich zum einen Trompen bilden, also dass die Blutplättchen miteinander verklumpen. Und wenn das Blut dann zurück in den Kreislauf geht des Patienten, hier das dann zu Verstopfungen an einzelnen Blutgefäßen führen kann, mit Schlaganfällen, Herzinfarkten und so weiter. Bei längeren Operationen passiert auch noch was zweites, nämlich, dass sich so eine heftige Entzündungsreaktion entwickelt, wo die Patienten dann starke Medikamente brauchen, um das Ganze abzufangen. Und einen langen Intensivaufenthalt, um sich davon zu erholen. Und beides hängt halt mit den Oberflächen zusammen. An solchen Problemen wird gearbeitet und das ist sicherlich auch ein Forschungs- und Betätigungsfeld für die Medizintechniker der Zukunft. Jetzt haben Sie aber sehr viel große und aufwendige Chirurgie gesehen. Und eigentlich wollen wir Chirurgen ja möglichst wenig, möglichst wenig invasiv, also möglichst belastend für den Patienten operieren. Und da ist mittlerweile der Standard unserer Chirurgie die Flüssellochchirurgie. Hier ein Foto bei uns aus dem OP von zwei Mitarbeitern, die quasi so einen Lungeneingriff, wie Sie sie gerade bei den großen Schnitten gesehen haben, auch in kleinen durchführen. Hier sehen Sie den Patienten, wie der auf der Seite liegt und Sie sehen auch, dass dort kein großer Schnitt mehr gemacht wird, sondern das sind kleine Schnitte, wir nennen sie Ports, gemacht, über die Instrumente eingebracht werden. Und wichtige Instrumente für diese Art von Chirurgie sind für uns diese Kamerasysteme und die Monitorsysteme, um uns bei der Operation orientieren zu können und dort manipulieren zu können. Sie müssen sich klar machen, als Chirurg arbeiten Sie an einem offenen Situs und sehen alles mit den bloßen Augen 3D. Und wenn Sie jetzt eine Kamera in den Patienten reinstecken, dann ist es auf einmal nur noch 2D, sodass Sie hier diese räumliche Wahrnehmung nicht mehr haben, die in dem Bereich, wenn Sie sehr präzise arbeiten wollen, aber unbedingt erforderlich ist. Das können Sie als Chirurg kompensieren durch Training und Erfahrung. Dann wissen Sie, wie sich bestimmte Sachen darstellen. Und hier findet sehr viel Entwicklungsarbeit statt. Also der Standard sind tatsächlich mittlerweile 4K und 8K Monitorsysteme in den OPs. Und wir haben mittlerweile auch Systeme, die 3D-Visualisierung können. Neben der optischen Herausforderung, die wir haben, haben wir an der Stelle natürlich auch andere Herausforderungen. Eine ist, dass wir das Gewebe nicht mehr berühren können, dass wir es nicht mehr anfassen können. Es fehlt dieses haptische Feedback, gerade in der Chirurgie in der Lunge, wo man als Lunge quasi ein Organ hat, was luftgefüllt ist, was sehr weich ist, wo man die Luft mit der Narkose ablassen kann, sodass Sie dann wirklich ein sehr flaches Organ haben, was Sie tasten können. Hier können Sie als Operateur mit den Fingern Tumoren aufspüren, weil Sie sich wirklich wie kleine Kirschkerne oder Krümel in der zarten Lunge finden. Und das können Sie nicht mehr machen, wenn Sie die Lunge nicht mehr anfassen können, weil Sie diese kleinen Schnitte machen. Hier ist es halt wünschenswert, dass wir langfristig Systeme haben, die uns dieses haptische Feedback wieder zurückgeben können. Neben den Monitoren müssen Sie natürlich auch mit anderen Systemen und Gerätschaften arbeiten. Und ein wichtiges Hilfsmittel für uns sind zum Beispiel sogenannte Stapler-Systeme. Was sind das? Das sind quasi so Spezialscheren, mit denen ein Gewebe durchtrennt wird und wo die Geweberänder dann quasi links und rechts von dem Schnitt zugetackert werden mit kleinen Klammern. Ich habe Ihnen hier so ein Standardsystem mitgebracht. Sie sehen auch, das sieht wahnsinnig groß aus. Das liegt in diesem Fall daran, dass der Patient wahnsinnig klein ist. Also hier reden wir gerade über ein acht Monate altes Kind, was operiert wird und wo wir halt einen Teil der Lunge entfernen müssen an dieser Stelle, um überhaupt weiter was in der Tiefe des Brustkorbs sehen zu können. Aber diese sind Instrumente, die uns sehr stark helfen. Und wie gesagt, für uns als Chirurgen ist es quasi drei Tastendrucks und dann ist das Gewebe durchtrennt. Aber für die Technik heißt das, ich muss ein Scalpell haben, was schneidet, ich muss ein Verschlusssystem haben, was sicher verschließt. Das ganze Ding muss auch noch steuerbar sein, nach oben, unten, links, rechts, dass der Chirurg überall da hinkommt, wo er hin will, sodass es letztlich sich hier um ein komplexes Gerät handelt. Und wir bedienen als Chirurgen auch andere komplexe Geräte. Das, was ich Ihnen hier zeige, haben Sie ja schon mit dem Herrn Kroner in seiner Vorlesung gesehen. Wir reden hier über eine roboterassistierte Chirurgie, in diesem Fall am Brustkorb. Auch hier ist es so, der Patient liegt auf dem Tisch. Wir haben nur kleine Schnitte gemacht, über die die OP-Instrumente eingeführt werden. Und das, was quasi im Brustkorb passiert, das können Sie hier oben auf dem Monitor auch sehen. Der Operateur sieht dies 3D. Für alle anderen ist das über Monitoren halt projiziert in 2D. Und Sie kennen sich schon so ein bisschen aus, nach dem, was ich gezeigt habe. Hier unten sehen Sie das schlagende Herz in der Ecke. Und hier sehen Sie die Lunge, die nicht beatmet ist, die eben kollabiert ist. Und die jetzt quasi mit den Instrumenten und mit einer Art Wattebauschen zur Seite gehalten wird, um die Operation als solche überhaupt möglich zu machen. Sie sehen, wie groß diese Bewegungen hier sind. Und man denkt immer, Herr Gott, was macht der für Bewegungen in so einer zarten Umgebung? Aber die Bewegungen, die der Chirurg eigentlich macht, sind sehr klein. Und durch diesen langen Hebelarm der Robotik sehen die nur wahnsinnig groß aus. Das ist jetzt quasi der Weg, wie der Operateur so einen Operationsroboter steuert. Mit den Händen steuert er quasi die Spitzen seiner Instrumente. Und dann hat er noch die Möglichkeit, die Kamera mit dem linken Fuß und die thermischen Instrumente, über die man Brennen oder Gewebe schweißen kann, mit dem anderen Fuß zu steuern. Die verschiedenen Möglichkeiten, die wir für die Chirurgie unserer Patienten haben, haben sich über die Jahre entwickelt. Und der Schwerpunkt der Chirurgie ist tatsächlich heutzutage die Schlüssellochchirurgie, wo wir sicherlich mehr als die Hälfte aller Eingriffe, die wir an der Lunge machen, mittels solcher Schlüssellochtechnik machen können. In einem Drittel der Fälle ist es tatsächlich immer noch nötig, große Schnitte zu machen und hier dann größere Operationen zu ermöglichen. Und wie gesagt, die Schlüssellochchirurgie ist etwas, was jetzt im Kommen ist und was sicherlich noch einen kleinen Anteil hat, der aber in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Etwas Neues, was wir in Magdeburg quasi mitentwickelt haben in den letzten Jahren, ist die CT-gesteuerte Operation. Sie wissen, dass Magdeburg halt ein starker Standort für Medizintechnik ist und hier insbesondere für die Bildgebung mit dem Stimulate Campus, den wir haben. Und hier arbeiten wir natürlich auch mit Kollegen zusammen, die hier besondere Erfahrungen haben. Und womit wir vor ein paar Jahren angefangen sind, ist, dass wir quasi in einem Hybrid-OP, also quasi in einem OP-Setting, wo man normalerweise hauptsächlich Herzoperationen durchführt, um dort Herzklappen zu machen, eben Lungenoperationen durchführt. Und hier ist es so, dass Chirurgieteams, wie Sie hier sehen, und Röntgenteams, wie Sie sie hier im Vordergrund sehen, halt eng miteinander zusammenarbeiten. Und Sie haben dann hier zum Beispiel die Situation von einem Patienten, der auf so einem OP-Tisch liegt und dann eine besondere Befundkonstellation hat mit kleinen Herden im Brustkorb, die wir vielleicht als Chirurgen gar nicht finden würden. Und da wird dann quasi intraoperativ ein CT gefahren, um den Herd als solches überhaupt zu finden. Der wird dann auch von einem Kollegen der Radiologie markiert und ist für uns als Chirurgen dann im Rahmen einer Schlüsselloch-Operation, wie man sie dann auch hier wieder sehen kann, gut auffindbar. Auch hier wieder das Bild von innen aus dem Inneren des Patienten mit einer OP-Kamera drin und einer kollabierten Lunge, die dann quasi von uns behandelt wird. Die Thoraxchirurgie ist ein spezielles Fachgebiet, das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Und die Thoraxchirurgie passt als Fachgebiet ganz besonders gut nach Magdeburg. Ich muss Ihnen als Studenten der Medizintechnik, glaube ich, nicht großartig erklären, wofür Magdeburg, die Otto-von-Guericke-Universität von Magdeburg steht. Das ist halt die Entdeckung und die Beschreibung des Sogs durch Otto-von-Guericke in dem 17. Jahrhundert, bekannt gemacht natürlich durch seine Halbkugelversuche, wie wir sie alle kennen, wie sie im Stadtbild überall aufzufinden sind, wo er halt einen Nachweis führen konnte, dass es eben ein Vakuum gibt und dass der Luftdruck eben omnipräsent hier auf der Erde ist und Dinge beieinander hält. Und in der Thoraxchirurgie haben wir halt die besondere Situation, dass wir im Brustkorb selber auch ein Vakuum eigentlich haben, welches in dem Moment, wo wir als Chirurgen oder als Ärzte ein Loch in den Brustkorb machen, verschwindet, dann dringt Luft in dieses Vakuum ein und das führt dann immer zwangsläufig dazu, dass die Lunge zusammenfällt, so wie Ihnen das hier auf dem Video gezeigt ist. Hier sehen Sie eine solche zusammengefallene Lunge, die quasi auf dem Herzen liegt. Deswegen sehen Sie diesen Herzschlag und Sie sehen Atembewegungen, die von der anderen Lunge kommen, die quasi auf der anderen Seite des Herzens liegt und sich bewegt. Hier können Sie sehen, wie wir Ärzte bei Patienten, die eben so eine Verletzung in der Brustkorbwand hatten und wo dieses Vakuum verschwunden ist und die Patienten dann so einen Lungenkollaps hatten, quasi diesen Lungenkollaps therapieren. Hier wird ein Schlauch, eine sogenannte Thoraxdrainage, in die Brustkorbhöhle eingelegt und wenn man dann über Geräte an diesem Schlauch zieht und das Vakuum erzeugt, dann dehnt sich die Lunge wieder aus und legt sich der Brustkorbwand wieder an, so wie Sie das physiologisch immer machen sollte. Und Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie die Brustkorbwand dann luftdicht verschlossen haben, was eben eine Zusatzforderung an die Chirurgie ist, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Diese Netze, die Sie dort einbringen und die Implantate, die Sie dort einbringen, müssen eben luftdicht sein. In der Klinik wird mit verschiedenen Apparaten dann an diesen Drainagen, die wir eingelegt haben, gesaugt, um hier einen Unterdruck zu erzeugen. Ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht von so einer Pumpe und die Pumpe hat für uns als Ärzte halt eben das Feature, dass wir oben einstellen können, wie hoch der Sog im Brustkorb sein soll. Der ist physiologisch normalerweise so bei minus 6 bis minus 8 cm H2O und wird unter der Therapie perioperativ gerne zwischen 15 und 20 gehalten. Was hier gezeigt worden ist und was die Pumpe eben auch machen kann, ist, sie misst dann, wie viel Luft aus so einer Lunge rauskommt, weil ich hatte Ihnen gezeigt, wie die Stapler-Systeme funktionieren und wie die Stapler-Systeme die Lunge abdichten. Diese Geräte sind nicht perfekt und nach einer Operation ist immer eine Luftdichtigkeit, der Undichtigkeit noch an der Lunge da und es kommt Luft raus, wo der Vakuum halt immer wieder aufgehoben wird. Und deswegen ist es für uns als Ärzte wichtig zu sehen, wie groß ist dieses Luftleck und zu sehen, dass es mit dem Heilungsprozess der Lunge tendenziell dann auch weniger wird. Sie können dann über eine Softwarefunktion halt das Gerät auslesen. Dann wird Ihnen im Display quasi so ein Graph angezeigt, der Ihnen einfach anzeigt, wie hoch ist das Luftleck in den letzten 24 Stunden gewesen. Das ist quasi der Zeitpunkt minus 24 Stunden und das ist die aktuelle Zeitpunkte. Und da sehen Sie, wie quasi Luft aus diesem Patienten herausgekommen ist und wie sich das dann irgendwann verschlossen hat und der Weg dann eben auf Null ging. Wir konnten und jetzt zum Thema Forschung im Rahmen einer Forschungsarbeit einmal zeigen, dass man aufgrund des Verlaufs dieses Luftlecks schon vier Stunden nach Anschluss des Gerätes voraussagen kann, wann die Lunge sich Perspektive verschlossen haben wird, beziehungsweise man kann daraus auch schon ableiten, bei welchen Patienten das nicht passiert, wo man als Chirurg dann mit einer zweiten Operation, vielleicht einer dritten Operation eben eine zusätzliche Abdichtung der Lunge jetzt herbeiführen kann. Wie gesagt, wissenschaftlich konnten wir dies zeigen und wenn man dieses Erkenntnis jetzt benutzt, dann hätte man hier die Möglichkeit, quasi die Software von solchen Geräten zu modifizieren und hier quasi letztlich das Gerät in die Position zu versetzen, dass es quasi eine Vorhersage macht, Problempatient muss nochmal behandelt werden oder alles gut, übermorgen kann der Schlauch entfernt werden und ihr könnt in drei Tagen dann die Entlassung des Patienten planen. Das ist soweit noch nicht erfolgt. Wie gesagt, im GXP-Kurs werden Sie lernen, dass es einen großen Unterschied für die Industrie macht, weil Sie aus einem passiven Device, was nur was anzeigt, ein aktives Device machen, was jetzt auf einmal aktiv in den Prozess, in den Behandlungsprozess eingreifen kann. Aber hier ist sicherlich ein Anknüpfungspunkt für medizintechnische Forschung und Entwicklung, um die Geräte, die wir heute haben, künftig weiterzuentwickeln. Kommen wir jetzt mal weg von der Therapie hin zur Diagnostik und da habe ich Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht von einem Patienten und seine Röntgen-CT-Bilder, die Grundlage für unsere Operationsplanung und Operationsdurchführung sind. Und da sehen Sie, dass Sie zwar viele Daten haben, aber die müssen Sie abstrahieren können und verstehen, wo sind die relevanten Strukturen, die Blutgefäße und die Bronchien, die ich durchtrennen muss, um eine bestimmte Manipulation an der Lunge machen zu können. Und bei dieser Auswertung kann uns heutzutage Software mittlerweile helfen, dass man quasi Programme entwickelt, die diese CT-Bilder auswerten und dann eine 3D-Rekonstruktion von diesen CTs macht. Das ist für den Bereich der Lunge, weil das eine sehr komplexe und sehr filigrane Struktur ist, noch wenig bis nicht entwickelt. Hier arbeiten wir zum Beispiel im Stimulate mit der Frau Saalfeld zusammen, hier quasi eigene Konzepte und Algorithmen zu entwickeln, die dann künftig quasi aus den Bildern schon eine Darstellung des CTs machen können und dann bei der OP eine Grundlage für die Entscheidung sein können und idealerweise bei bildgeführten Operationen quasi im Sinne einer Augmented Reality mit in das OP-Bild, was auf den Monitoren generiert wird, eingespeist werden kann. Nach der ganzen Hightech, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, möchte ich mit Ihnen einfach nochmal einen großen Schritt nach hinten gehen und einfach mal an Ihre Neugier und Ihren Forschergeist appellieren und appellieren, dass es manchmal Sinn macht, sich Phänomene in der Natur anzuschauen und zu gucken, ob man sie nicht dann doch für seine Patientenbehandlungen verwerten kann. Was ich Ihnen hier mitgebracht habe, muss ich nicht großartig erklären. Sie sehen hier lauter schöne Bildchen von großen und kleinen Hunden und abgehoben wird hier bei den Tieren auf ihr Vermögen, Dinge zu riechen, Dinge zu erschnüffeln, ihre Spürhundfunktion. Als Lawinenhund, als Minenhund, als Sprengstoffhund, als Suchhund sind sie Ihnen bekannt. Was Sie vielleicht nicht wissen ist, dass diese Hunde tatsächlich auch dafür eingesetzt werden können, bestimmte Erkrankungen zu erkennen oder Krankheiten mitzubehandeln. Es gibt zum Beispiel Spezialhunde, die bei Patienten, die einen Diabetes haben und die schlecht einstellbar sind und dann immer wieder ohnmächtig werden aufgrund von Zuckerschocks, das detektieren können und dann quasi ihr Herrchen warnen, eine Insulinspritze zu nehmen, um dann eben diese medizinische Komplikation nicht zu haben. Und vor ein paar Jahren kam dann eine Kollegin zu mir und hatte die Idee, dass sie solche Spürhunde einfach mal verwenden wollte, um Lungenkrebs zu identifizieren. Lungenkrebs ist immer noch der zweithäufigste Krebs bei Männern und Frauen. Das ist mit der Abstand tödlichste Krebs, den wir haben. Und das Problem ist, dass bei 70 Prozent der Patienten der Krebs erst in einem Stadium diagnostiziert ist, wo er so fortgeschritten ist, dass man ihn nicht mehr heilen kann. Und deswegen wäre es wünschenswert, dass man ihn möglichst früh detektieren kann. Und da war eben jetzt die Frage, können Hunde das? Und wir haben tatsächlich eine Studie dazu gemacht und konnten tatsächlich zeigen, dass Hunde in der Lage sind, einen Krebs bei einem Patienten zu riechen aus der Atemluft. Der Hund braucht dafür ungefähr drei Sekunden und ist genauso gut wie wir Ärzte mit einer Narkose, einer Bronchioskopie, einer Probeentnahme und einem CT zusammen. Was natürlich eine kleine Sensation war und natürlich dann die Frage auslöst, ja, wie machen die Hunde das? Und hier kommen wir dann wieder in den Bereich der Forschung und der Medizintechnik hinein. Was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, wie kann man Atemluft auffangen? Am Ende sind wir auf so eine Watte gekommen, die man da generieren könnte, die bestimmte Eigenschaften hat, die vorteilhaft für das Auffangen von Luft sein können. Und wir haben uns eben so ein Probungsgefäß überlegt, also letztlich so eine Art Reagenzglas, wo der Patient durchatmen muss und seine Atemluft da eingefangen wird. Und die Proben, die wir hier haben, die wurden dann chemisch analysiert, seinerzeit mit GCMS-Methodik. Und da war es tatsächlich möglich, unterschiedlichste Stoffe zu finden. Und wir konnten im Rahmen von mehreren Studien tatsächlich zeigen, dass es dort fünf Substanzen gibt, die bei 90 Prozent der Patienten mit einem Lungenkrebs vorhanden ist und hier sicherlich ein lohnenswertes Ziel wäre, in der Atemluft zu finden. Das hat in der Studie wunderbar funktioniert. Diese Techniken, die wir haben, sind jedoch sehr anfällig und eignen sich nicht für den Einsatz in einer Klinik, wo sie eben nicht rund um die Uhr hochqualifizierte Medizintechniker und Physiker haben, die die Geräte auf dem obersten Sensitivitätslevel halten können, sodass sie da zuverlässige Diagnosen kriegen können. Wir sind jetzt hier in Magdeburg, kürzlich erst angefangen, eigene Projekte mit einer neuen Technologie aufzubauen, mit der Frau Faché und dem Professor Höschen. Und wie Sie sehen können, ist hier auch einer ihrer Vorkommelitonen aus dem Medizintechnikstudiengang mittlerweile Co-Autor in einer Publikation, die wir dazu realisieren konnten. Und diese Forschungen laufen weiter. Ich habe meinen Exkurs in die Thoraxchirurgie mit Ihnen mit Implantaten begonnen und ich möchte mit Ihnen auch diesen Exkurs mit Implantaten beenden und möchte Ihnen einfach mal das ideale Implantat vorstellen, welches wir als Chirurgen gerne hätten. Und das ist ein Implantat, das, wenn wir es einmal im Patienten haben, langlebig ist, was, wenn es nicht kaputt gehen kann, beziehungsweise wenn es einen Schaden nimmt, sich selber regenerieren kann, welches nicht infiziert werden kann, sondern sich selber gegen Bakterien schützt, welches, anders als zum Beispiel Transplantorgane von anderen Menschen, nicht medikamentös abgeschirmt werden muss, sodass man dort Immunsuppressiva nehmen muss, welches physiologische Eigenschaften hat. Und wenn man an Kinder denkt, idealerweise auch mitwächst, sodass man dort, wenn man zum Beispiel Herzklappen hat, bei den Kindern dann keine weiteren OPs machen muss. Und solche Implantate gibt es theoretisch. Und zwar sind dies menschliche Gewebe, die künstlich hergestellt werden, mittels des sogenannten Tissue-Ingenieringsverfahrens. Ein ganz bekanntes Bild habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das ist quasi eine Labormaus, auf deren Rücken quasi ein menschliches Ohr gezüchtet worden ist. Das ist schon 30 Jahre alt, dieses Bild, und spiegelt einfach die damalige Idee wieder, die hier eigentlich sehr gut beschrieben worden ist, von Frau Fuchs aus dem Vacanti-Labor im Harvard. Dass es sich bei dem Tissue-Ingeniering um ein interdisziplinäres Arbeitsfeld handelt, mit dem biologische Ersatzgewebe die Gewebe ersetzen, unterstützen oder zumindest verbessern, generiert werden. Diese Art von Forschung funktioniert so, dass man bei Patienten, die ein Problem haben, wo ich eine Probe brauche, quasi eine Gewebebiopsie nehme, die Zellen aus dieser Gewebebiopsie isoliere, dann außerhalb des Körpers vermehre, expandiere und dann auf einer Trägerstruktur wieder zusammenführe und daraus ein Gewebe baue, welches dann im Reagenzglas, im Reaktor, wir nennen das Bioreaktor, reifen muss. Und wenn es dann fertig ist, als Implantat an diesen Patienten zurückgegeben werden muss. Diese Gewebe reifen dann in sogenannten Bioreaktoren. Die erste Generation von Bioreaktoren, die wir hatten, waren noch recht einfach. Die sehen aus wie ein Weckglas, unter dem der Chirurg dann quasi dem Reifungsprozess eines Gewebes zuschauen konnte. Diese Reaktoren bieten dem Gewebe, dem wachsenden Gewebe, halt die Bedingungen, die es braucht, um sich zu einem gesunden Gewebe zu differenzieren. Und über die Jahre mit zunehmendem Erkenntnisgewinn haben sich diese Reaktoren verändert. Das ist jetzt quasi schon ein moderner Reaktor, der mehr kann als den, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und hier ist es zum Beispiel so, dass solche Reaktoren heutzutage für ihre späteren Funktionen designt werden und konzipiert werden. Hier zum Beispiel haben wir eine Strömungssimulation von einem Reaktor, der quasi eine Gewebeperfusion ermöglichen soll, die aus dem Labor von Professor Janiger, hier aus der Strömungstechnik generiert worden ist und auf deren Basis quasi dann dieser Reaktor entwickelt und gebaut worden ist. Und das geht dann so weit, dass wir uns dann letztlich in Eigenproduktion eigene Bioreaktorsysteme entwickeln müssen, um solche Gewebe zu kultivieren und sie dann so weit zu kriegen, dass sie vielleicht sogar als klinisches Implantat einsetzbar sind. So etwas wird halt hauptsächlich hier auch in Magdeburg gemacht, in der Core Facility Tissue Engineering von der Frau Professor Wallis, wo diejenigen, die Interesse an solchen Forschungen haben, natürlich alle Möglichkeiten haben, sich hier weiterzuentwickeln. Ich habe Ihnen gezeigt, dass diese Gewebeherstellung halt ein sehr großer Aufwand ist und tatsächlich ist es so, dass wir zwar viel technischen Aufwand investieren, aber tatsächlich wenige Patienten haben, die solche Gewebe heutzutage brauchen. Deswegen war es dann naheliegend, dass man sich überlegt hat, naja, ich habe hier ein Gewebe generiert, was wie ein Implantat funktioniert und was Eigenschaften eines menschlichen Gewebes hat und warum nehme ich dann nicht dieses Gewebe her für Forschungszwecke und ersetze damit zum Beispiel Tierversuche. Und hier ist ein Beispiel, wie sowas dann aussehen kann. Hier ist quasi ein, wir nennen das ein Organ- und eine Chip-Technology, wo quasi diese ganzen kleinen menschlichen Gewebe, sechs Stück an der Zahl, generiert worden sind, wo man dann zum Beispiel ein Medikament durchleiten kann und dann feststellen kann, ob dieses Medikament eine Effektivität hat oder eine schädliche Eigenschaft hat. Und mit der Firma Tissius, die zum Beispiel das Ergebnis von solchen Forschungen ist, auch mit Beteiligung von Magdeburg, werden derzeit eben Medikamente gegen Tuberkulose entwickelt. Damit hoffe ich, dass Sie ein paar Ideen mitgenommen haben aus dem Vortrag, was Sie künftig mit Medizintechnik vielleicht neben der Bildgebung oder zusätzlich zur Bildgebung machen können. Und ich wünsche, Sie haben Spaß an dem Vortrag gehabt. Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, als Hospitant auch in unserem OP oder in den OP der Kollegen anwesend zu sein und sich die Anwendung der Technologien, an denen Sie mitforschen und mitentwickeln, anschauen zu können, so wie das auf diesem Bild gezeigt ist. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Wallis. Also das war wirklich bildgewaltig und sehr eindrucksvoll. Ich hoffe, unsere Zuschauer heute sind drangeblieben. Aber ich bin da auch ein bisschen empfindlich. Ich muss mich da mal outen. Also in der Schule, im Bio-Unterricht hatte ich da so leichte Probleme mit. Aber man stumpft ja so ein bisschen ab. Wie war das denn bei Ihnen? Mussten Sie sich da auch erst mal so dran gewöhnen? Erinnern Sie sich vielleicht noch an Ihre erste Hospitation im OP? Das ist ganz witzig. Ich kann mich an eine Situation im Bio-Unterricht in der 6. Klasse erinnern, wo wir tatsächlich Lunge durchgenommen haben und ich dann die Aufgabe hatte, von einem Schlachter Lunge zu besorgen. Und ich fand das so eklig, dass ich die ganze Tüte nicht anfassen wollte, dass es dann am Ende die Thoraxchirurgie geworden ist, wo man sich schwerpunktmäßig mit Lungen beschäftigt. Das ist natürlich eine Ironie des Schicksals. Ja, ja, das stimmt. Okay, ich hätte noch ein paar Fragen. Die habe ich mir so nebenbei mal noch angehakt, die Studierende hatten, wo ich denke, die passen so zu ihrem Vortrag. Lisa möchte zum Beispiel wissen, also Sie haben jetzt gezeigt, was sind so gegenwärtig die Möglichkeiten vom Tissue Engineering? Wie sehen Sie das denn? Wie wird sich das weiterentwickeln? Wird es vielleicht irgendwann möglich sein, sich komplette Organe 3D zu drucken oder zu züchten? Ist das überhaupt wünschenswert? Was meinen Sie da? Wir haben im Moment die Situation, dass wir im Tissue Engineering das Skalierungsproblem haben. Wir können bestimmte Organe generieren, die dann auch funktionieren wie menschliche Organe, aber wir kriegen sie nicht so groß, dass sie ein echtes Organ ersetzen können. Also wenn Sie über den Leberersatz nachdenken, dann brauchen Sie ein Organ, was anderthalb Kilo wiegt und dann diese Funktion macht. Das sehe ich noch in weiter Ferne. Ich will aber gar nicht ausschließen, dass es irgendwann geht. 3D-Druck, da ist viel Fantasie drin und viel Begeisterung, wo man Zellen vermischt mit irgendwelchen Kollagenen und dann bedruckt. Das ist eine Technik, an der viel gearbeitet wird. Da sehe ich im Moment noch nicht, dass die anderen Technologien, die wir im Tissue Engineering haben, schon ersetzen kann. Aber sicherlich ist es sinnvoll, daran zu arbeiten. Und wahrscheinlich werden wir künftig dann einen Mix aus verschiedenen Techniken sehen. Zum Beispiel, dass Zellen auf eine Trägerstruktur aufgebracht oder aufgedruckt werden und dann implantiert werden. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt ein Diabetes behandeln und dafür brauche ich beim Diabetes 1 eben Zellen, die Insulin produzieren, dann ist es halt so, dass die im wahren Leben halt in der Bauchspeicheldrüse, im Pankreas, im Bauch sitzen. Aber es gibt gar keinen Grund, warum man diese Insulin produzierenden Zellen nicht beispielsweise auch in den Arme implantieren sollte, wo man einfach herankommt und wo sie auch einen Teil der Funktion wahrnehmen können. Was sind denn so die häufigsten Krankheiten, die bei Ihnen auf der Station behandelt werden? Sie haben ja gezeigt, so die Prozentquoten, Schlüsselloch und klassische konventionelle Chirurgie. Was die Studierenden aber interessiert, welche Erkrankungen sind denn so prozentual gesehen die häufigsten oder welche Eingriffe? Also im Zentrum unserer Chirurgie steht tatsächlich die Tumorchirurgie der Lunge. Die macht ungefähr 20 bis 25 Prozent der Patienten aus, die wir an der Uni operieren. Ich hatte Ihnen ja gesagt, dass es eben Lungenfachkliniken gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Da ist der Anteil der Krebspatienten sicherlich höher. An der Uni müssen wir dann auch viele andere Dinge mit behandeln. Wir haben unfallverletzte Patienten da. Wir haben Komplikationen aus anderen Abteilungen da. Wenn auf den Intensivstationen irgendwas gemacht wird und da passiert, das sind auch Dinge, die wir eben mit behandeln müssen. Sodass wir, wie wir eingangs ja auch schon gesagt haben, einen breiten Patienten-Mix haben und die Krebschirurgie hier so 25 Prozent erstellt. 25 Prozent, okay. Dann schließe ich gleich mal noch die Frage von der Carlotta an. Wie hoch ist denn die Raucherquote unter Ihren Patientinnen? Also bei dieser Art Eingriff Krebs wahrscheinlich hoch, oder? Ja, ein Großteil der Patienten sind Raucher beziehungsweise ehemalige Raucher. Man merkt als Arzt, dass es immer weniger Patienten sind, die rauchen. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch, dass Nichtraucher auch Krebs kriegen können. Und in dem Moment, wo die Patienten halt immer älter werden, steigt das Risiko für die Entwicklung von Krebserkrankungen, sodass wir unterm Strich halt einen weiteren Anstieg von Lungenkrebs sehen. Also es wird prognostiziert, dass wir für den Lungenkrebs bei Männern in den nächsten Jahren einen Anstieg um 8 Prozent gegenüber 2020 haben werden und bei den Frauen sogar um 13 Prozent. Und wenn Sie dann von Behandlung sprechen, Sie entfernen ja dann das Gewebe, das bösartige Gewebe und der Ammon hat da vielleicht eine spannende Frage zu. Welche Erfolgsquoten hat man denn da so typischerweise? Also vielleicht so in der Größenordnung sind die bei 50 Prozent, einem Jahr, zwei Jahren oder zehn Jahren? Wie sieht das aus? Also in der Krebsmedizin operieren wir mit dem Begriff des fünf Jahres überleben. Weil Sie die Situation haben, wenn ein Patient eine Tumorerkrankung hat, dann stirbt er halt mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich früh daran. Und wenn Sie es behandeln, können Sie diesen Absterbeprozess halt verhindern oder verzögern. Und nach fünf Jahren, wer dann auch lebt, lebt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch zehn, 15 Jahre. Deswegen operieren wir mit diesem Fünf-Jahres-Überlebens-Ratens-Begriff. Und da ist es tatsächlich so, dass wir mit der Chirurgie in einem frühen Stadium tatsächlich Patienten jetzt auf 70, 80 Prozent fünf Jahres überleben bekommen können. In den frühen Erkrankungsstadien. Bei den höheren Stadien weniger. Und jetzt kommt dazu, dass die Chirurgie jetzt immer mehr Teil einer Behandlungskette wird. Wir haben jetzt seit wenigen Jahren auf einmal Medikamente, die tatsächlich gegen Lungenkrebs funktionieren. Die sogenannten Immuntherapien. Und bei diesen Therapien sehen wir auf einmal Effekte, die wir vor zwei, drei Jahren nicht hatten. Und die in Kombination mit der Chirurgie werden sicherlich die Prognose der Patienten perspektivisch nochmal deutlich erweitern. Dann würde ich mal noch auf einen weiteren Themenblock zu sprechen kommen. Und zwar habe ich den mal genannt Einsatz von Medizintechnik. Sie haben das ja eben schon schön gezeigt, wie viele verschiedene Geräte da bei Ihnen so zum Einsatz kommen. Unsere Studierende hatten da ganz konkrete Fragen zu. Eine Frage, die stelle ich vielleicht mal so zum Anfang. Welches Gerät kommt denn bei Ihnen am häufigsten zum Einsatz, fragt die Ronja. Da sind sicherlich mehrere, oder? Gibt es da irgendwas, was bei jeder OP dabei ist? Also bei jeder OP ist ein Elektrokorter dabei, wo man halt den Schnitt macht und dann gleich koaguliert, sodass es nicht blutet. Bei jeder OP ist ein Sauger dabei, um eben Flüssigkeiten, Sauger, aber auch Rauch, der bei der OP entsteht, entfernen zu können. Bei den Resektionsverfahren werden regelhaft mittlerweile diese Stapler-Systeme eingesetzt, weil sie einfach die Geschwindigkeit der OP erheblich erhöhen und beschleunigen und einfach auch eine zuverlässige Abdichtung für die Gewebe liefern. Dann wäre dieses Stapler-System wahrscheinlich auch die Antwort auf die Frage von Amon. Welches medizinische Gerät ist eine große oder die größte Erleichterung für einen Thorax-Chirurgen? Das ist sicherlich eine große Erleichterung. Genau. Ja, okay. Und dann interessieren sich sehr viele unserer Studierenden für Probleme, Ausfall von Geräten und auch ihre Abhängigkeit davon, wie sie das empfinden. Ja, Ronja fragt ganz konkret, wie abhängig sind sie von medizintechnischen Geräten bei ihrer Arbeit? Ich sage mal so, die Thorax-Chirurgie ist 1904 entstanden, ohne diese ganzen Geräte und ist grundsätzlich auch ohne diese Geräte durchführbar. Allerdings natürlich dann aufwendiger und für den Patienten sogar risikobehafteter. Ich selber erinnere mich an eine Situation, wo ich in einem OP stand, im Rahmen von einer Bauphase, wo quasi wir in so einem Ausweich-OP standen und nebenan gebaut wurde, wo dann auf einmal der komplette Strom im OP ausfiel und wir die OP dann mit den zwei iPhone-Lampen von den Schwestern zu Ende gebracht haben. Das ging? Das geht. Okay, das wäre gleich die Antwort auf die Frage von der Carlotta. Gab es da schon mal Probleme und mussten sie in der OP schon mal abbrechen oder verschieben? Also OPs werden verschoben, wenn bestimmte Geräte, die sie brauchen, nicht verfügbar sind. Abbrechen ist dann immer schwierig, weil wenn sie mit den Instrumenten im Patienten sind und haben da irgendwie eine Lunge halb abgeschnitten, dann können sie die nicht halb abgeschnitten drin lassen, dann müssen sie es irgendwie zu Ende kriegen. Ja, genau. Dann noch eine Frage, die ist damit eigentlich auch schon so halb beantwortet. Haben Sie zu 100% Vertrauen in die Geräte, die Sie da verwenden? Ich habe Vertrauen in die Geräte, aber auch erhalte mir eine gesunde Form von Misstrauen und wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren, dass man sich dann überlegt, wie könnte man es alternativ machen. Genau, also ich stelle mir vor, wenn dieses Elektroscalpell ausfällt, wäre nicht so günstig. Dann nimmt man halt normales Calpell. Okay, genau. Okay, ja, Bennett fragt noch ganz konkret, welche Sicherheitssysteme gibt es denn in solchen komplexeren Systemen wie der Herz-Lungen-Maschine? Eine Menge, oder? Ja, also das ist ja so, dass die Geräte für uns als Chirurgen ja fast so eine Close-Box darstellen, wo sie ja mit dem Gerät als solchen über Touchscreens mittlerweile interagieren und das Gerät natürlich seine eigene Parametrisierung hat. und definiert, was der normale Grünbereich der Funktion ist und wo dann auf einmal Fehler auftreten, dann werden Alarme gegeben. Und dann liegt es natürlich daran, dass, oder dann ist es daran, dass der Chirurg, oder in dem Fallen Kardiotechniker, also das sind dann speziell ausgebildete Fachkräfte, die sich wirklich nur um die Herz-Lungen-Maschine kümmern und da Dinge können die auch, wie Ärzte nicht immer alle nachvollziehen können. Also quasi so wie der Ingenieur früher im Flugzeug, der da mitgeflogen ist, der Flugingenieur. Und dann geht es darum, dass man hier das Problem erkennt und dann behandelt, wenn da eins ist. Haben die denn notfalls auch ein komplettes Ersatzgerät stehen? Ja. Ja, klar. Also man hat immer ein Backup da, wenn sowas ist, ja. Lukas hat eine Frage zu einem ganz konkreten Gerät, von dem er gehört hat. Verwenden Sie während Ihrer Operation auch Ultraschall-Scalpelle? Wir verwenden keine. Nee. Also ich kenne das nicht. Vielleicht können Sie mich kurz aufklären, was ist da der Vorteil oder der versprochene Vorteil von gegenüber, ja, dem konventionellen Scalpell? Also der Ultraschall durchtrennt ja das Gewebe, ohne es dann thermisch zu verletzen oberflächlich, sodass Sie dort weniger Nekrose in den Geweben haben und man sich bei bestimmten Geweben, wie zum Beispiel der Leber, hier Vorteile verspricht. Für den Bereich der Lungenmedizin spielen die keine Rolle. Carlotta will wissen, wie oft kommt es vor, dass Sie so größere Geräte neu anschaffen oder kriegen Sie das vielleicht als Chirurg gar nicht mit, sondern da wird dann eins ausgetauscht und ist jetzt neu? Also die Antwort ist viel zu selten. Viel zu selten, okay. Dadurch, dass die Kliniken halt natürlich ihr Geld zusammenhalten müssen, ist es schön, wenn man jetzt einen Endoskopieturm zum Beispiel hat, der bestimmte Features hat. Aber wenn jetzt die 4K-Technik kommt und die 8K-Technik kommt, heißt das nicht, dass Sie zwangsläufig dann auch den neuen Turm bekommen, sondern Sie arbeiten wirklich so lange, bis viele sagen, jetzt brauchen wir wirklich einen anderen oder bis darstellbar ist, dass die neue Technologie tatsächlich eben Vorteile bringt und nicht nur bequemer ist oder schicker ist. Okay. Ich würde sagen, also viele Fragen beziehen sich jetzt auch noch auf Details von den Eingriffen und wie laufen diese Operationen ab. Und da würde ich sagen, haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Dankenswerterweise durften wir nämlich unsere Hivine, die Emma, zu Ihnen mal in den OP schicken. Die hat eine OP mit angesehen und gefilmt. Und ich würde vorschlagen, ich weiß darüber nicht viel, also ich weiß nicht mal, was das für eine OP war. Vielleicht können Sie das vorher schon sagen, bevor wir den Film starten. Ja, die Ebba war bei einer ganz besonderen Operation dabei. Es handelt sich hier um einen 48-jährigen Patienten, der tatsächlich so ein Lungenkarzinom hatte, auch schon fortgeschritten. Und er ist einer von den ganz wenigen Patienten, die so eine Immunchemotherapie jetzt bekommen haben. Eben diese modernsten Therapien, die wir im Moment haben. Begleitend zu dem operativen Eingriff? Vor der Operation. Und dadurch haben wir gesehen, dass eine Metastase, die er im Gehirn hatte, verschwunden ist und der Tumor deutlich kleiner geworden ist, sodass dann auf einmal jetzt die Möglichkeit bestand, den sinnvoll zu operieren und zu resizieren. Und bei der Resektion dieses großen Tumors war die Emma dann dabei. Okay, dann gucken wir uns das doch mal an, oder? Also ich bin jetzt gerade hier bei Umziehen, um mich steril zu machen komplett. Und für den OP. Los geht's. Los geht's los. Ja, oh, jede Menge Werkzeug. Richtig. Und das ist der erste Schritt der OP? Dieser Patient liegt jetzt auf der rechten Seite, wir schneiden auf der linken Seite. Wir müssen hier einen großen Eingriff machen, weil da tun wir zum einen große, zum anderen durch die vorausgegangene Therapie erhebliche Vernarbungen, Verwachsungen im Brustkorb entstanden sind, die in der Schüsseldach-Operation hier gemacht hätten. Wo ist das jetzt genau? Ist das so an der Seite, oder? Ich bin an der Seite und quasi unter dem Schulterblatt der linken Seite. Also da, wo der Elektro-Kauter ist, ist jetzt quasi fast die Schulterblattspitze. Und sehe ich das richtig, ist da eine Folie auf dem Patienten befestigt? Ja, wir machen es bei uns so, dass wir Thorax immer mit Folien abkleben. Das ist der Grund, dass wir in der Traumachirurgie ja regelhaft Implantate verwenden, wo man dann möglichst sterilste Bedingungen haben will, damit die nicht infizieren. Wenn Sie jetzt so ein Implantat im Rahmen der OP mal kurz auf den Patienten ablegen, dann können sich natürlich die Hautkeime des Patienten, die theoretisch auch nach einer Desinfektion noch da sein können, da draufsetzen und mit dieser Folie minimieren wir das Risiko. Ja, wieder was gelernt, ja. Das gelbe Gewebe, was da durchgetrennt wird gerade, das ist Fettgewebe, richtig? Ja, wir sehen jetzt die Durchtrennung der Haut, dann, was da so ein bisschen rötlich aussieht, ist die Lederhaut, das Chorium, also ein straffes Bindegewebe. Darunter kommt jetzt das Fettgewebe, was sich gelb darstellt. Und dann werden wir gleich so rot-braun sehen, das ist dann die Muskulatur. Ja, Lukas hat gefragt, wie verhindern Sie denn starke Blutungen während der Operation beim Durchtrennen von dem Gewebe? Also eine Mittel ist sicherlich das Elektroskalpell selbst, was das gleich verödet, oder? Also das wichtigste Mittel ist erstmal, dass Sie nirgendwo reinschneiden, wo stark bluten kann. Also Sie schneiden nicht einfach irgendwelche Gefäße und wundern sich, dass Blut rauskommt. Sie sehen die Gefäße ja dann auch, wenn Sie da durchgehen. Und für die Gewebe, die halt nur so kleine Kapillaren haben, zarte Gefäße, ist diese Elektro-Klaude halt ein wunderbares Instrument, wo Sie quasi das Gewebe durchtrennen und dann veröden können. Ich sehe jetzt nur eine Elektrode, wo ist bei dem die zweite? Also liegt der Patient da drauf, oder? Bei unseren Patienten wird so eine Elektrode an dem Oberschenkel fixiert, ist dann so ungefähr die einer 6 groß. Wenn wir Kinders oder Babys operieren, dann liegen die quasi auf der Elektrode drauf. Ich muss ja fragen, weil ist ja klar, irgendwie muss der Strom ja durchfließen und wir brauchen noch einen Gegenpol, deswegen würde ich fragen. Also jetzt kann ich es mir nicht verkneifen zu sagen, das sieht wirklich aus wie beim Metzger. Also ich sehe sowas ja nicht so oft für Sie, ein eher gewohnter Einblick, aber... Ja, wir präparieren halt Gewebe, ein Metzger macht ja nichts anderes. Wir versuchen aber ein bisschen schonender mit unserem Patienten zu sein. Und jetzt kommt, was für eine Schicht, die da dann durchtrennt wird? Also wir haben jetzt hier eine Faszienschicht, wo dann auch wieder Fettgewebe drunter ist. Wir haben jetzt quasi die große Brustwandmuskulatur durchtrennt, also diesen Latissimus dorsi, der am Rücken quasi ist und schieben jetzt den Muskel da drunter, den Serratus anterior ab und nähern uns dann quasi der Brustwand und den Knochen. Ist das bei dem Eingriff, den wir hier sehen, so mehr oder weniger genormt, wo Sie da zu schneiden haben oder müssten Sie sich das vorher selbst überlegen? Also es gibt einen normierten Zugang zur Thoraxhöhle und das ist der fünfte Interkostalraum, der sich daraus eben ergibt, wo liegt die Lunge, wo liegen die Gefäße und wo liegt das Schulterblatt. Und für eine Standard-OP ist das der Standardzugang, aber es gibt dann eben auch Situationen, wo Sie nicht standardmäßig operieren können oder müssen und dann müssen Sie sich halt einen anderen Zugang überlegen. Was eben eine besondere Herausforderung in der Thoraxchirurgie ist, weil Sie eben hier das Thoraxklett haben, was wie so ein Knochenpanzer halt Sie von Ihrem Zielorgan abhält. Wenn Sie in eine ganz andere Ecke müssen, als Sie sonst müssen, dann müssen Sie halt auch anders in den Brustkorb einsteigen, um da hinzukommen. Das ist der Punkt, wo Sie vorhin sagten, das geht auch manchmal in die Knochen, oder? Richtig. Wir haben halt auch Möglichkeiten, Operationen von vorne zu machen mit Durchtrennung des Brustbeins. Wir eine Kombination aus so einem Schnitt und Brustbeinschnitt machen, sodass, anders als in vielen anderen Chirurgie-Disziplinen, wir halt eine sehr, sehr breite Kenntnis haben müssen über Möglichkeiten, wie komme ich irgendwie in den Brustkorb, ohne dabei viel kaputt zu machen. Und jetzt wird mit einem Tuch noch hantiert und vielen Klammern, oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also ich bin ja absoluter Leier auf dem Gebiet. Also es ist ein Bauchtuch, das nehmen wir jetzt einfach, um das Gewebe nicht anfassen zu müssen. Dann können wir das verschieben und das saugt da so ein bisschen Flüssigkeit auf, wenn da noch welche kommt. Dann werden die Wundränder abgedeckt und im nächsten Schritt werden dann jetzt quasi so Spreizer eingesetzt, die quasi zwischen den Rippen jetzt den Raum auftrennen und aufschieben, sodass sie dann überhaupt in den Brustkorb hineinkommen. Weil sie haben ja zwischen den Rippen selber nur einen Rand von zwei, drei Zentimetern, der mit einer Muskulatur ausgefüllt ist. Und sie lösen auf der einen Seite der Rippe dann die Muskulatur und schieben dann quasi die Ränder mit dem Sperrer auseinander. Das sieht sehr rustikal aus und das ist es auch. Ich schiebe mal eine andere Frage dazwischen. Das läuft, glaube ich, noch einen kleinen Moment. Haben Sie denn persönlich eine Lieblingsoperation? Nicht meine Frage, von Karl Lotter ist die Frage. Also ich persönlich mag Operationen im oberen Brustkorb, in der sogenannten Thorax-Apertur. Aber das ist letztlich dem geschuldet, weil die eben besonders herausfordern von der Anatomie und von der Technik. Jetzt haben wir eben gesehen, wie ein kleines Stück Krümelchen in einen Behälter gelegt wurde. Das war sicherlich eine Probenmitnahme, oder? Dieses Krümelchen waren Lymphknoten und der saß halt auf der Lungenschlagader drauf und musste entfernt werden und nachher dann sicher die Lungenschlagader kontrollieren. Was Sie hier zum Beispiel sehen, ist auch interessant. Ich hatte eben gesagt, dass durch die vorausgegangenen Therapie jetzt zu narbigen Verwachsungen der Lunge mit der Thoraxwand kommt. Und das, was Sie hier sehen, sind alles Narben, die als Folge von Entzündungsprozessen durch die Therapie entstanden sind. Und was Sie auch sehen ist, oder was Sie vielleicht nicht sehen, aber was der Fall ist, diese Narben sind sehr weit oben im Brustkorb. Das heißt, die Chirurgen kommen halt durch den Schnitt, den Sie gerade gesehen haben, und müssten jetzt quasi um 90 Grad um die Ecke nach oben operieren. Und da haben Sie sich dadurch beholfen, dass die quasi jetzt so eine Kamera in den Brustkorb gesteckt haben und mit der Kamera um die Ecke gucken und mit den Instrumenten dann quasi um die Ecke arbeiten können. Also Sie können mit dem bloßen Auge gar nicht dahin sehen, wo die gerade operieren. Da hilft nur die Kamera. Jetzt sehen Sie es so ein bisschen indirekt, weil Sie da die Kamera rausziehen. Mit anderen Worten, das ist kein richtiger minimalinvasiver Eingriff, aber die Kamera aus solchen Eingriffen kommt dann hier... Richtig, so ein Trick. Sie können den Schnitt natürlich noch größer machen, damit Sie irgendwann nach oben hingucken können oder sagen, ich mache jetzt eine Kamera und helfe mir da, dass es dann so ein Hybrid vorgeht. Okay, also ist die Grenze zwischen minimalinvasiv und offen eigentlich fließend, kann man sagen, oder? Also in dem Moment, wo wir einen großen Schnitt machen, ist es nicht mehr minimalinvasiv, aber Sie können natürlich sich Werkzeuge aus der minimalinvasiven Chirurgie heranziehen und sich das offener operieren leichter zu machen. Hier wird quasi Gewebe, wo die angewachsene Lunge gelöst worden ist, koaguliert, damit es nicht blutet. Sie sehen, dass es pulsiert. Also wir sind hier direkt auf dem Herzen. Also das Herz ist ja durch so eine Lederhaut gebendes Perikard. Und an diesem Perikard waren jetzt Lungenanteile festgewachsen. Da haben Sie wieder Lymphknoten zusammen, das müsste gerade der Autopäne fallen. So, also ich bin jetzt aus dem OP raus. Das waren so ungefähr drei Stunden. Die ist trotzdem noch nicht vorbei. Und ich fand es total interessant, mal bei sowas live mit dabei gewesen zu sein. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank an Emma. Schön gemacht. Herr Professor Wallis, ich bin ehrlich, ich wusste nicht, ob ich da stehen geblieben wäre daneben. Aber ich musste auch ein bisschen trainieren, mir die Bilder anzuschauen. Aber es hat heute gut geklappt, ja. Gerne. Ich würde jetzt im letzten Teil unseres Interviews nochmal so ein bisschen Schritt zurückgehen, was Sie ja vorhin im Vortrag auch angesprochen haben. So die Schnittstelle Medizin und Medizintechnik. Wir sind ja hier schließlich in der Medizintechnik zugange. Und es steht jetzt ja auch groß hinter Ihnen. Und ich will da nochmal ein bisschen so drauf zu sprechen kommen. Unter anderem die Zusammenarbeit mit den Medizintechnikern. Und da hat ja Alex eine schöne Frage gestellt. Er sagt, ich werde in Zukunft ja Ingenieur für Medizinprodukte sein. Wenn Ihnen Verbesserungen einfallen oder neue Ideen, wie können Sie die denn weitergeben? Und wenn ja, haben Sie das schon mal gemacht? Verbesserungen geben, werden natürlich im Sinne von Fragen weitergegeben. In der Klinik, wo ich jetzt arbeite, haben wir natürlich die Luxussituation, dass wir einen eigenen Medizintechniker haben, der dort mitarbeitet. Vor dem Hintergrund der ganzen Monitorsysteme, Herz-Lungen-Maschinen und so weiter ist das auch sinnvoll, jemanden da zu haben. Und der ist natürlich für mich der erste Ansprechpartner, so nach dem Motto, können wir nicht mal das und das? Und dann kriege ich eine Antwort, warum das geht oder warum das nicht geht. Und ansonsten, wenn man Ideen hat, wie man Sachen anders machen möchte, wie zum Beispiel, was ich da gezeigt habe, Atemgasdiagnostik, wie kriege ich das hin? Als Chirurg und als Arzt bin ich dafür ja nicht ausgebildet. Da muss man natürlich auf die Suche gehen, wo finde ich jemanden, der das kann? Und da ist natürlich Universitäten ein reizvolles Umfeld, weil sie hier verschiedenste Disziplinen haben, die eben auch außerhalb der Medizin arbeiten und hier dann einfach Kompetenzen mitbringen, an die sie sich andocken können und wo sie dann vielleicht gemeinsam Dinge entwickeln können. Ja, da rennen Sie hier wahrscheinlich häufiger offene Türen an, als wenn Sie bei Herstellerunternehmen anfragen, oder? Haben Sie da schon mal gefragt? Hey, Feature XY fehlt mir, ich hätte das gerne noch. Es ist tatsächlich so, dass die Unternehmen, die Medizintechnikunternehmen, eng mit den Ärzten auch zusammenarbeiten, wo es regelmäßigen Austausch gibt, bei Kongressen ohnehin, aber auch in den Kliniken und wo dann zum einen Innovationen, die jetzt eingeführt worden sind oder eingeführt werden, den Ärzten dann vermittelt werden, aber wo eben dann auch die Möglichkeit, dass alles besteht, das und das hätte ich gerne jetzt irgendwie anders oder modifiziert. Und das führt dann in den Unternehmen vielleicht zu neuen Prozessen. Also wir selber haben, was die Brustwandimplantate angeht, tatsächlich auch einen starken deutschen Partner, mit dem wir einige Ideen gemeinsam vorangetrieben haben und dies auch tun, wo es jetzt auch eine laufende Kooperation hier mit der Medizintechnik in Magdeburg gibt. Tauschen Sie sich dann wirklich so über Details aus? Also ich möchte das so und so haben oder geben Sie da eher so grobe Richtungen vor und lange Projektpläne oder Ideen? Also Sie können beides tun. Also es gab zum Beispiel einen Fall, wo ich bestimmte Implantate für ein fünfjähriges Kind brauchte und die gibt es nicht für Kinder. Und das war dann der Punkt, wo ich gefragt habe, könnt ihr mir die Dinger für Erwachsenen einfach mal zwei Nummern kleiner bauen, damit ich die für ein Kind haben kann. Also schon sehr konkret. Und dann haben wir zum Beispiel den Brustkorb dieses Kindes 3D ausgedruckt und den Ingenieuren hingestellt und gesagt, das ist jetzt die Dimension. Die Dinger, die ihr jetzt habt an Implantaten, müsst ihr an diese Größen anpassen. Das war zum Beispiel so ein Weg, den man gehen kann. Und ansonsten gibt es natürlich auch diese ganz grundsätzlichen Diskussionen, so nach dem Motto, wie wäre es jetzt ein Implantat für den und den Bereich oder für den und den Knochen zu haben oder zu modifizieren, wo die Industrie vielleicht eigene Ideen hat, wo der Arzt eigene Ideen hat und wo man dann vielleicht in den Austausch geht. Viele Studierende haben gefragt, wie sieht es denn aus? Immer mehr Technik, immer mehr Möglichkeiten, immer kompliziertere Geräte, schreiben Sie so. Wie kommen denn die Ärzte damit klar? Gibt es da Kollegen, die sich da verschließen oder Kollegen, die eher immer das Neueste ausprobieren wollen? Wie sieht es da mit Weiterbildungsbedarf aus? Also wie ist denn das mit neuen Geräten, wenn die kommen so generell? Kann man das vielleicht bei Ihnen in der Abteilung sagen? Ist man da sehr gierig auf das Neueste oder will man lieber die alten Dinge behalten? In einem universitären Umfeld ist man natürlich irgendwo vielleicht neugieriger als andere und da sind wir immer sehr interessiert, auch die neuen Dinge kennen zu lernen. Natürlich ist es so, dass es hier auch immer vom Einzelnen abhängt und irgendwann erreichen sie auch einen Punkt, wenn sie bestimmte komplexe Verfahren beherrschen und das mit der und der Technik funktioniert, dann entwickelt sich auch so eine gewisse Resilienz, zu sagen, jetzt nehme ich jetzt mal eine andere Technik her und probiere es damit wieder, weil sie haben natürlich auch immer einen Blick, das ist jetzt hier eine Operation und kein Abenteuerspielplatz und das, was sie dort abliefern an Leistungen, muss am Ende dazu führen, dass ein Patient Vorteil von der Maßnahme hat und vor allem keinen Schaden nehmen kann, sodass, wenn der grundsätzlich sicherlich neun Sachen aufgeschlossen ist, aber dann eine gewisse Zurückhaltung auch hat, gleich alles am Patienten einzusetzen und was dann die Implementierung von neuen Geräten angeht, da gibt es klare Vorgaben, also bevor ein Gerät im OP eingesetzt wird, muss es geschult werden und zwar bei den Anwendern, da sind wir Ärzte dann oft dabei, aber auch die Schwestern, wo dann eben gezielt Schulungen stattfinden für dieses eine Gerät und das muss dann hinterher auch protokolliert werden und manchmal muss auch nachgeschult werden, sodass das schon klar geregelt ist. Man kann nicht einfach ein Gerät hinstellen und sagen, mach mal. Noch einen Block an Fragen, wo sich mehrere Studierende drauf beziehen, sind die bildgeführten und oder minimalinvasiven OPs. Minimalinvasive Eingriffe mit Hilfe von Röntgen, fragt sich Lea. Hatten Sie da Bedenken, wie sich die Strahlung auf Sie auswirkt? Also haben Sie schon mal direkt unter Röntgenstrahlung Eingriffe gemacht? Also dieses Video, wo ich Ihnen diesen C-Bogen gezeigt habe, ist ja dann etwas, was mit Röntgen zu tun hat. Ansonsten gibt es kleinere Eingriffe wie Schrittmacherchirurgie, Pottimplantationen, wo Sie regelhaft als Chirurg dann auch ein Röntgen brauchen, um die Operation überhaupt durchführen zu können. Und ja, da haben Sie natürlich ein Strahlenrisiko, da müssen Sie sich schützen, da tragen Sie halt unter Ihrer sterilen Kleidung Bleischürzen und Bleiwesten, haben dann noch einen Schutz für die Schilddrüse extra dabei, sodass Sie sich dort abschirmen. Aber es ist natürlich so, dass Sie da ein gewisses Risiko eingehen und für Kolleginnen, die dann vielleicht schwanger sind und so weiter, ist das natürlich ein Riesenthema. Dann führt das zwangsläufig dazu, dass Sie zumindest für die Dauer der Schwangerschaft nicht mit diesen Geräten arbeiten dürfen. Und für Kollegen, die regelhaft täglich damit arbeiten, wie zum Beispiel die Kollegen in der interventionellen Radiologie oder in der Kardiologie, die so Herzkatheter machen, ist das natürlich auch, was langfristig Schäden machen kann, worüber Sie sich auch bewusst sind. Ja, das ist, haben wir auch eigene Veranstaltungen für Richtung, oder Lehrstühle dazu, Strahlenschutz und Dosimitrie, das ist sicherlich ja ein Thema. Genau. Nächster Block, wo ich auch wieder mehrere Fragen habe, Innovation und Möglichkeiten der Medizintechnik, habe ich den mal getauft. Und da fragen sich mehrere Studierende, zum Beispiel Alex und Lehr, haben Sie denn aktuell konkret, was Sie stört, wo Sie eine Innovation bräuchten oder vielleicht schon eine Idee haben, was Sie machen könnten? Und ich glaube, die Fragesteller beziehen sich da hauptsächlich so auf Maschinen, also elektrische Geräte oder dergleichen. Fehlt Ihnen da konkret irgendwas? Klingt so, als ob Sie Vorschläge für Abschlussarbeiten suchen, was man da so mal arbeiten oder später forschen könnte vielleicht. Gut, also eine große Hilfe wären dann zum Beispiel so Lagerungshilfen für Patienten, weil wir müssen ja unsere Patienten immer auf die Seite legen und dann fixieren. und dazu müssen die angehoben werden. Das ist dann für einen großen Mann sicherlich weniger ein Problem, aber wenn Sie jetzt mit Schwestern arbeiten oder auch kleinere Kollegen haben, dann ist es dann schon herausfordernder oder ältere Kollegen, die dann noch schon Rückenprobleme haben. Also das könnte zum Beispiel was sein und da gibt es sicherlich auch schon irgendwelche Entwicklungen. Das wäre so ein Wunschgerät, was man gerne hätte. Ansonsten hat man natürlich immer wieder im Tagesgeschäft Ideen, wie man Sachen anders oder besser machen könnte, was ich ja im Vortrag auch gerade so ein bisschen herausgearbeitet habe. Damit sind wir schon im letzten Block angekommen. Den habe ich Zukunft genannt. Also die Frage von Ronja und Edward, welche Hilfsmittel würden Sie sich dann konkret wünschen, wenn es sie noch nicht gäbe oder wenn es sie geben könnte? Das war damit, glaube ich, beantwortet, oder? Fallen Ihnen noch mehr ein? Eher länger man nachdenkt, umso mehr fällt einem sicherlich ein. Aber sicherlich haben wir jetzt schon ein paar Beispiele benannt und sind da ja auch dran. Man kann sich ja auch verzetteln. Dann würde ich Ihnen jetzt schon die Abschlussfrage stellen und die kommt heute von Alex. Was meinen Sie denn? Kann es sein, dass in ein paar Jahren die Maschinen oder irgendwelche Maschinen die Arbeit von Chirurgen komplett übernehmen? Die Antwort ist ein klares Nein. Kann nicht sein. Erstens, weil die Geräte bestimmte Möglichkeiten der Chirurgie sicherlich eröffnen, aber die Geräte letztlich von den Patienten abgelehnt werden. Patienten möchten nicht von Maschinen operiert werden. Patienten möchten von Ärzten behandelt werden. Dazu gibt es schon erste Umfragen und Ergebnisse. Und ich glaube nicht, dass sich dieses dieser Empathie-Moment, dass ich begebe mich in die Hände von einem Arzt, sich verändern wird, denn ich begebe mich in die Halterung eines Gerätes. Anders kann man es da nicht bezeichnen. Vielen Dank, Prof. Wallis, für die sehr spannenden Einblicke in Ihre Tätigkeit. Ich hoffe, Ihr fandet das auch ein bisschen interessant. Wie gesagt, wir hatten so viele Fragen. Ich musste da straff durchkürzen, um das alles zu schaffen in der uns gegebenen Zeit. Wir haben auch sehr viele tolle Detailfragen bekommen zu bestimmten medizinischen Eingriffen. Da nochmal herzlichen Dank vor allem an Judith, die da sich sehr viel Mühe gemacht hat, diese Fragen auszuarbeiten, aber auch alle anderen, die hier heute nicht zur Sprache gekommen sind. Ich verweise nochmal auf das Video, das separate Video von Prof. Kroner zur Roboterchirurgie, wo wir da nochmal die einzelnen Aspekte detaillierter durchgegangen sind. Ich möchte für heute Tschüss sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, Prof. Wallis, dass Sie hier waren. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal mal wieder. Bis zum nächsten Mal.